Moin moin ihr Lieben, rein geht's, jetzt auch mal eine kleine Antwort für YouTube, in unser 3 Stunden Endurance Rennen, das erste Mal Endurance seit Ewigkeiten und ich fahre mit meinem wunderschönen Mate Markus, der jetzt schon mal aufs Quali fokussiert ist, wir haben eine Livery, die meinem Körperumfang angemessen ist, ja und gucken mal wie es läuft, LFM, Topsplit, jetzt sind die Erwartungen nicht allzu hoch und diese Perspektive nehmen wir, wenn Markus fährt und wenn ich fahre, nehmen wir natürlich die Standardperspektive, um hier viel zu sehen, jetzt ist aber erstmal Quali-Zeit, deswegen gehen wir hier einfach easy peasy lemon squeezy rein und gucken mal wie es läuft Ziel ist gar nicht mal so zwingend extrem heftig Ergebnisse einzufahren, keine Ahnung was der Kameramann hier gerade macht, aber das Ziel ist tatsächlich hier eher einfach Spaß zu haben, ein bisschen wieder rein zu kommen Und ich habe mir noch ein bisschen überlegt, okay, wie können wir das mit ACC jetzt in Zukunft machen Und da habe ich gedacht, okay, die Standard-LFM-Rennen kommen einfach auf dem Uncut-Kanal und die Endo-Rennen packen wir einfach hier auf den Hauptkanal Und hiermit geht das Ganze los Wir haben 45 Minuten pro Stint Drei Stunden Rennzeit, heißt jeder wird zwei Stints fahren können Ich hoffe immer noch so ein bisschen auf Regen zum Ende hin Markus wird jetzt Quali und Stint 1 fahren, dann fahre ich den zweiten Stint, dann fährt Markus noch ein, dann fahre ich noch ein Und das ist dann pretty much der Plan Und ja, jetzt macht er auch schon schön allen Platz hier, weil die sind schon auf einer Quali-Runde Und dann gucken wir mal, wo es hingeht Wir sind, was das Rating angeht, tatsächlich überraschenderweise auch P11 Übrigens, wer Kommentare zum Thema Kabelmanagement hat, wird gesperrt Das ist hier der Standard Nee, aber gucken wir mal, wie es läuft Also ich bin sehr, sehr gespannt Und schauen wir mal Track-Cuts werden wahrscheinlich auch wichtig sein In 45 Minuten kannst du dir auch ganz gut viele einhandeln Und ja, wir werden auch ein bisschen langsamere Zeiten haben Weil A, muss man ein bisschen auch auf die Reifenacht geben Und B, werden wir auch mit 80 Liter losfahren Weil in den 45 Minuten Rennen fährst du quasi zweimal 23 Minuten ungefähr Und tankst halt entsprechend auch so 40 bis 50 Liter Hier haben wir jetzt 80 Liter mit an Bord Und gucken mal, wie es läuft Und aber, vielen Dank Schatzi In RTC ja sehr, sehr erfahren Für die 43. Moin, viel Glück und Spaß euch beiden Merci Auch, dass wir bald auch nochmal gemeinsam unterwegs sind Und moin auch Amudo Achso, übrigens, für die Leute auf YouTube Dann, es wird natürlich auch ein bisschen Chat-Interaktion hier geben Ihr seht da oben den Chat Könnt mal kurz Hallo YouTube schreiben Es ist nicht allzu gut lesbar Aber man wird es wahrscheinlich irgendwie lesen können So, gucken wir uns Markus Runde mal hier genau an Also, Katalonia kennt man ja Da ging es gerade durch Kurve 3 durch Hier schön weit außen anfahren Für Kurve 4 Kurz vor dem letzten weißen Strich dann bremsen So, ja, easy peasy Da gibt es sehr viele Begrüßungen Schön außen hier anfahren Man muss so ein bisschen nach Gefühl bremsen Kann hier in den ersten Gang Markus hat dann schön späten Apex genommen Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es Pace-technisch zwischen uns beiden steht Das ist ja auch immer ein bisschen serverabhängig Wie die Performance so ist Und Dr. Auge schreibt Viel Glück Schießt uns bitte nicht ab Wir sind die 19 Werden wir beim Überrunden nicht machen Wir passen beim Überrunden auf Ne, auf viel Erfolg nach euch Ja, Pace-technisch weiß ich gar nicht, wie es aussieht Ob da Markus aktuell flotter ist Ich denke schon Markus ist schon extrem schneller Dude Aber ey, wie gesagt Wir versuchen natürlich, wenn es um Positionen geht Auch die Positionen zu holen Aber Im Zweifel werden wir da jetzt nicht Den Tryhard raushängen lassen Und irgendwie auf letzte Rille pushen Und Werden im Zweifel vielleicht mal Mehr zurückstecken Kommt halt drauf an Wenn wir jetzt plötzlich um die Top 5 oder so kämpfen Kann ich mir gut vorstellen Dass wir dann auch mehr pushen werden So, ich sehe hier gerade die erste Runde Eine 1,43,8 Wo wir uns auf P13 ging Für Frohn Wir sind auf P14 Und eine 1,43,9 Das ist auch stark Temperaturen sind aktuell bei 27,28 Wird noch ein bisschen kühler Weil wir haben aktuell 7 Uhr abends Auf dem Server Heißt es geht Ziemlich in die Nacht hinein Wenn es drei Stunden gleich Dauert Das Rennen Ja, also Ist schon ein Weitchen Und auch Das Trinken wird natürlich Hin und wieder Stattfinden So, jetzt kann ich vielleicht Erste Kontaktaufnahme mit Markus haben Stay calm Stay focused Ja, aber stark erste Runde schon mal Ja Ausbaufähig Ja, die erste Runde war doch gut Aber es wird Es wird Es wird Kannst ja gleich noch einen frischen Reifensatz abholen Und dann geht's ab Für die Standardkamera TV Die TV Kameras sind ein bisschen Ach stimmt, man sieht ja jetzt den Triple Screen Dann geht's wieder Dann auf dem Single Screen ist die dann viel zu nah dran Ja Mach du dir keine Sorgen Ich labere hier nur so vor mich hin Ich mute mich auch gleich wieder Unsere Delivery sieht so geil aus Falls ihr Sponsorship haben wollt Magus, meldet euch Oh yeah Ist natürlich nur ein Spaß Ne, aber Gucken wir mal jetzt Wie es bei Markus läuft Über andere Sachen Können wir da nochmal uns Anderweitig unterhalten So Wir haben stattdessen Coolere Partner Aktuell Kann man jetzt auch für YouTube mal sagen Hier Bei Holzkern Gerne den Code Dave 15 Das ist glaube ich sogar eingeben Da gibt's 15% Rabatt Bei Holzkern Die machen einen nicen Schmuck Hashtag Werbung natürlich an der Stelle Sehr, sehr geile Sache Dave 15 Und ein kleines Weihnachtsgeschenk Oder Als Geschenk zwischen den Jahren Oder sonst wie Und Sich da was Schönes raussuchen So Markus Jetzt eine Zehntel Nach Kurve 4 Schon vorne In Kurve 5 rein sind's jetzt schon Dreizehntel Sekunden fast Beim Hexit verliert er wieder Müssen wir's Also zwei Zehntel Trotz allem Jetzt geht's hier Auf Kurve Ne 6 und 7 glaube ich zu Ist das jetzt Kurve 8 oder 9 Ich vergesse es immer wieder Wie dem auch Seil Ah Er geht da nicht ganz vom Gas Oh Karre noch gehalten War auch Innerhalb der Track Limits Noch alles anscheinend Stark So Jetzt in die Haarnadel Beim Entry holt er eine Menge raus Beim Exit gibt's da wieder ein bisschen Zeitverlust Aber die zwei Zehntel Die hält er aktuell Und mit zwei Zehnteln Improvement würden wir zwei Plätze nach vorne kommen Alter Falter Es ist ein sehr umkämpfter Split Was man nicht vergessen darf Ist Bei den anderen fahren Meist auch die schnellsten Fahrer Ähm Das Qualifying Oh Schade Dann nimmt er den Kerb mit Okay hat aber nicht so viel gekostet Ja doch Beim Exit jetzt Wir waren kurz bei drei Zehntel oder so Aber jetzt ins anderthalb Zehntel Die muss verbessern Ja nice Hat uns nur eine Position gekostet am Ende Ja aber da ist noch Zeit Da ist noch Zeit Du hast den Kerb mitgenommen In der Schikane Ja passt schon Das wird schon So P17 ist aber nice Du darfst auch nicht vergessen Das sind immer die besten Fahrer Im Quali unterwegs Also Äh Sehst du ja Ich bin neun Zehntel von P1 entfernt Hallo Markus aktuelle Zeit Ist eine 1.43.8 Jetzt 8.25 Und zwar haben keine Endolights 0.9.15 Wieso haben wir keine Endolights genommen? Ich dachte Der Skin hatte Endolights Egal Ja das wird Das wird Das wird Ja 0.9.15 Fehlen Das heißt Die Polezeit dürfte eine 1.42.9.10 sein Aktuell Ja machbar Das geht Klar Natürlich Ja für dich immer Mittlerweile 27.27 Was die Temperatures angeht Wird schon ein bisschen kühler Erst wurde die Ich hab schon drauf gepackt Okay Erst wurde Ich glaube Umgebung Grad kühler Jetzt Track Ansonsten Super 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 tanken wir nur So Überwegs zu sein Jetzt werden die meisten Jetzt werden die meisten auch schon Ist alles auch ein bisschen einfacher Und da kann ich auch Und da kann ich auch einfach sagen Hey Ich Also bei Damage oder so ist ACC halt Easier zu handeln Und nicht ganz so schlimm Weil in iRacing kann es dann auch ganz schnell bedeuten Dass du vielleicht nochmal Äh Das Auto Ja Dass das Auto krumm ist Das ist in iRacing halt manchmal ein bisschen ärgerlich Dann Die Karre ist krumm Geht nix mehr Und vor uns ist gerade Verkehr Wäre wünschenswert Wenn die jetzt alle weggehen Weil Markus hat durchaus Eine Mini-Verbesserung fast in Aussicht Ne Ich dachte in der Haarnadel holt er jetzt wieder ein Ticken was Aber Ja jetzt geht es tatsächlich in Richtung Verbesserung Der BMW ist jetzt 1,1 Sekunden vor uns Ich kann mir vorstellen Markus wird sich jetzt ärgern Zurecht Weil das ist jetzt unnötig gewesen Auf den letzten Moment noch zu machen Und der Aston Martin macht gar keinen Platz Mirza Karnow Aber gibt uns jetzt dafür halt einen kleinen Toe Das ist auch nicht schlecht Nice 1,43 6,3,5 Sind genau 8 Zehntel hinter der Polezeit 0,808 Stark Ich sag mal nix Damit Markus nicht im Zweifel abgedenkt wird Ok 6,5 1,1 so dann habe ich mal mini hund gerade die tür geöffnet ja die anderen fahren jetzt ihre schnellen runden das ist jetzt insofern belastend weil marcus vielleicht nicht eine volle pace rausholen kann aber in der lfm gilt wenn du auf einer schnellen runde bist musst du auch keinen platz machen da muss der hintermann sich dann besser positionieren und in dem fall ist es halt für uns einfach an lucky timing aber da geht noch was so ja 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 enge kiste du hast jetzt noch zwei gezeitete runden glaube ich ja also alles entspannt fünf minuten jetzt rechtszeit andere waren noch mal zwei zehntel alles gut die holst du dann gleich noch mal raus meine wir sind jetzt schon in der oberen tabellenhälfte ist schon mal gut genug die abstände sind absolut krank ja das definitiv da kann man auch gleich in die andere kamera gehen also gehen wir mal kurz in die andere cam also wissen bei p1 p2 sind deutlich voneinander von den anderen weg ansonsten 0,3 sekunden bei p3 bis 6 0,4 bei p7 und 8 0,5 sekunden bei 9 und 10 der elfte mit 06 rückstand so 0,7 haben dann wieder drei autos bei 0,8 sind es wieder vier autos bei 0,9 sind es zwei schon krass welchen namen kennt man hier noch wo ist denn hier die sie wo ist denn der herr sie genanntes irgendeiner mediet im namen denkt man michael behrend wird fahren oder harry blogger aber das ist ja agent engel das ist ein anderes team der ist gerade auf 30 aber er fährt ein porsche der ist doch hier frühstück auf der geraden aw washington der fährt ok wo ist ja der ist zwei sekunden hinten dran der ist auf 35 gerade wirst du mal ganz absolut krank was hier ab geht aber zold baumgartner ist hinter mir zold baumgartner auf der strecke zold baumgartner und cian maria bruni einfach die beiden sehen vorbei und dann habe ich keine entspannte runde na jojo moment da mache ich die black box ja du hast dann noch zehn sekunden bis washington und washington hat die runde gerade abgebrochen der ist gerade im auf track gewesen so toll toll schatzi währenddessen haben wir einen kleinen bonusgast was geht mini hund und weißt du dich schon auf papas endurance comeback jede woche findet ja bei lfm auch so ein endurance statt jetzt am 25.12. wäre sechs stunden suzuka ich sage wäre weil es ist halt weihnachten ich weiß nicht ob ich das dann am abend fahre oder nicht geht ab 15 uhr glaube ich los mal gucken wo wir muscheln viel dank für den 27. ehre dies ist heute bei neun stunden monster war da nicht irgendwas das irgendjemand ausgeschätzt ah ne das war hier jadi und so ok keine ahnung stefan vielen dank für die gifts up merci hey mini hund was gehts süßer kleiner mini hund mini hund genau beim neun stunden rennen haben sie abgestellt ok ja dann hatte ich da doch richtige info so markus zwei zehntel schon voran gucken wir uns mal das ganze aus der perspektive an helisichten sind immer die besten vier zehntel drei zehntel ja alles gut immer noch zwei zehntel hier sieht top aus so eine verbesserung one more lap nice improvement hat uns eine position gebracht markus 500 zu schneller eine 6 2 0 haben wir jetzt 18.000 zum nächsten auto zum übernächsten auto wären es dann 75 tausendstel sekunden so für den entscheidenden run gehen wir jetzt vielleicht schon mal in die perspektive wir werden ja gleich aus der triple screen ansicht mal ein bisschen spektaten können eh mini hund ein müder mini hund ah und wieder ein paar hundertstel hier auf letzter rede alles gut alles gut markus mach weiter hatte ich nur zwei dreihundertstel gekostet vier fünf okay er geht auch hier in den zweiten gut zu wissen anfang der woche bin ich da in den dritten gegangen ja für die leute wie gesagt die jetzt auch mehr acc sehen wollen außerhalb der endos auch wo der endo wo die endo rennen dann den durstlich stillen gerne auf dem uncut kanal auschecken da gerne ein abonnement rausschauen weil da gibt es dann auch die rennen die ich ansehnlich finde die ich als ansehnlich achte die dann quasi in vorbereitung zum dem zu dem endurance rennen gefahren werden so zweieinhalb dreizehntel und jetzt auch noch mal in der schikane hier da ist noch was drin fünfzehntel fast markus holt sich hier meine güte die verbesserung brudi was ist das für eine runde alter einfach mal P8 ui oh mein gott bist du der beste Audi gerade bist du der beste Audi mich drauf geachtet du bist der beste Audi Digi jawoll was ist denn jetzt los alter Verwalter Malta ey nächster Audi genau zwei Zettel hinter dir der O-Reds also mehr war auch wirklich nicht drin jetzt Dinger das ging jetzt so ein bisschen wie bei Pete Smith mit hier der Red Bullring mehr war da auch wirklich nicht drin Peter ja aber mehr war auch nicht drin Peter Boah P5 und P6 sind exakt dieselbe Zeit gefahren ey oh mein gott oh ja hier ganz wild ey dann noch mal ein hundertstel weiter P7 krass ja ja aber GG alter boah da hast du dir die Runde noch mal richtig aufgehoben für kurz vor Schluss ey weil du hattest ja der vorletzten schon so eine Verbesserung und dann noch mal in der letzten das war anders wild jetzt haha du musst ja nur noch den Start überleben so vier Minuten ich muss mal was trinken jawoll so trinken baby boys hier ganz entspannt die Drücke einstellen 83 Liter statt 80 Liter hatten wir ja auch kurz geplauscht weil Einführungsrunde und dann äh hoffen wir auf ein entspanntes Rennen ja also ich sag mal so werte Damen und Herren seid nicht enttäuscht wenn es jetzt eher nach hinten statt nach vorne geht das Gute ist wir sind halt für den Rennstart insofern gut gerüstet weil hinter uns also je weiter du im Mittelfeld bist desto mehr bist du in Carnage inbegriffen tendenziell mal gucken also hoffen wir mal hoffen wir mal dass es hier sauber läuft ja ich weiß gar nicht was ich hier jetzt die drei Minuten noch machen soll ob man hier zum Beispiel für das VOD einen Cut setzen soll oder ob es für die Leute interessant wäre sonst kann man ja mit Timecodes arbeiten und bleiben einfach mal hier grad drin fährt Mike Rockenfeller mit ne äh der würde noch mit einem N geschrieben werden nach Rocke das ist wahrscheinlich jemand der sich so genannt hat einfach nur vorhin war ich auch auf einem Trainingsserver wo einer C-Punkte Leclerc hieß aber ich denke mal dass Charles Leclerc nicht Porsche fahren wird hehehe so kurz Trinkpause Pause so ich bin wieder da welcome back so 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 bevor ich es verkacke ne Sprit rein jawohl 83 Liter jo Startset ist Tire Set 7 das passt 27 Grad ich würde sagen die lassen wir erstmal so die Pressures ne mhm 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 weil das wird ja auch kühler das kann man so lassen ja und am Anfang hast du ja eh mehr Sprit dabei das heißt wenn du jetzt hoch gehen würdest schon dann würdest du halt zu hohe Drücke haben und Start muß ich jetzt zum Back to Garage machen ne Drive Dezente Verwirrung bei Dave So, Sprit ist drin Teilset ist drin Jawohl Jetzt noch schön im Setup bleiben Und dann so 20 Sekunden, 15 Sekunden vorher Reiner Aber drückt auch die Daumen Jawohl Ach, rein da Kann mir gerade einer noch sagen Wie ich bei Discord die Sounds ausschalten kann Äh, du meinst vom Programm selbst Alle Benachrichtigungen deaktivieren Ich mache einfach das So, ich glaube ich habe es hier So, du kannst auch, wenn du willst Schon mal beim Boxen Stop dann mich anwählen Wobei, das machen wir auch später Das werden wir So, ich gehe jetzt ins Bridge Copy Oh, ich kann es schon machen hier So, okay So, und ich musst du beim Start Du bist du requested Ich muss beim Start nur Gas geben Und wenn ich an dich übergebe Muss ich quasi dann den Starter nochmal drücken Und den Motor starten Damit du übernimmst, ne? Exakt Aber ich muss dann nicht nochmal Escape drücken Sondern einfach nur Startup Naja, wir machen das ja mal so Wir stellen uns ja in die Box Schalten die Zündung aus Damit direkt der Motor ausgeht Genau, ja Dann Zündung an Kurz vorher nochmal Startup Dann direkt wieder Zündung an Genau Ja, genau Und wie war das? Also muss ich dann Dings machen? Irgendwie noch Escape drücken? Du machst bei drei Sekunden den Motor an Nee, du Okay, aber ansonsten gar nichts Okay, nice Ich habe das so gemacht Bei drei Sekunden einfach Motor an Jawohl Und der andere muss halt auf dem Gas sein Toi, toi, toi Auf ein gutes Ey Ja, und du weißt ganz entspannt Wir sind hier nicht um irgendwie B1 zu holen oder so Mit mir schaffen wir das ja so nicht Ja, also erstmal hier überleben, ne? Genau Da hast du ja auch super Vorarbeit geleistet Dass wir jetzt nicht mitten im Feld sind Sondern dass wir halt Ja, das Ding ist Der Audi startet ja wie eine Rakete Und der Ferrari Der bleibt gefühlt stehen Also wird es direkt spannend am Start Ja, du hast ja neben dir auch einen Porsche Also Ja, der zieht auch weg, ja Ja, aber der wird auf dem ersten Startziel Dann wahrscheinlich fertig sein Ja, mein Plan ist eigentlich direkt links vorbei Wenn es geht Ansonsten bleibe ich einfach dahinter Und, ne? Entspannt Ja An der Stelle, weil wir auch von unserem Auto Einen Sponsor so präsent haben Möchte ich sagen Leute, guckt mich an Und überdenkt doch euren Fastfood-Konsum Gut, dass wir dieses Auto genommen haben Ja Hey, ich wollte einfach Abschreckung Hier Ne, ich kann auch sagen Wenn man mal einmal auf die Falte-Schiene Gewichtstärkig abgedriftet ist Das ist schon ein bisschen schwer Da wieder wegzukommen Man gibt sich Mühe Aber mal schauen Äh, wir werden Freddy Wir werden nicht wirklich spotten Also ich denke mal Wo haben wir die Livery her Die ist von WRT Das ist eine offizielle Livery tatsächlich So Reingeht's ins Double-File Schatzi Noch nicht? Jetzt Achso, jetzt, okay Ja, so weit vorne war ich halt noch nie Ja, das ist auch gut Weil wir sind eigentlich außen Und die 70 kmh wirkt sich Wirkt sich hier auch nicht auf die letzte Kurve dann aus Und außen würde man dann noch einen längeren Weg sonst fahren Gut, also dann machen wir jetzt Fokus Toi, 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 Schatzi Joa Was passiert, passiert, ne? Joa Ansonsten Better safe than sorry Better call Saul Better call Saul So, werte Damen und Herren Gehen wir doch mal hier in die Triple Screen Ansicht Dann sehen wir ein bisschen mehr, oder? Das machen wir ab Runde 2, oder? Vielleicht machen wir das erstmal so Weil man sieht auch so ganz gut, würde ich behaupten Let's go Rein in das erste Rennen Äh, dieser Art seit Ewigkeiten Ich weiß nicht, was das letzte war Zwölf Stunden Better Das ging aber nicht so gut In iRacing Aber jetzt direkt schon mal ein starker Start von Markus Vorbei am Ferrari Vorbei am Porsche Direkt schon mal auf Platz 6 Auf der Innenbahn Der Porsche ist Oh, er zieht nach außen Der Ferrari will noch weiter außen Und außen könnte er jetzt noch am Honda vorbeigehen Kommt hier doch super durch Wow P5 für Markus Jetzt der Honda eventuell inside Nö Zu weit inside der Honda Und damit ist Markus auf P5 Mit Aussicht auf P4 Weil er jetzt in Turn 4 innen ist Und da geht er auch einfach mal rein Markus In Sektor 1 Von 8 auf 4 Und hinten hat's gekracht 14 und 28 sehe ich da Ähm, ich sehe auch die 19 Die 31 Die 37 Die sind alle Ja, Kurve 3 Und Kurve 4 Da gab's Da gab's Da gab's Duld und Verderben Ich hab auch Markus irgendwas gehört Aber ich hab's nicht verstanden Äh, wiederhole bitte Das ist ja eine komische Bodenwelle gewesen Die hat mich grad fast vernichtet Ach, alles gut Markus macht das schon super Let's go Also, ja Der Kameramann hat wieder müssen Äh Zu viel Intus So Ja, wunderschön Bis jetzt Äh Läuft das extrem gut Jetzt müssen wir fast schon tryharden hier Was ist denn hier los Ja Aber der Porsche hinter uns ist auch gut dran Wäre der Abstand nach vorne dann doch ein bisschen Größer ist als der nach hinten Also jetzt gerade Etwa eine Sekunde nach vorne 6, 10 Uhr nach hinten Aber dann wieder etwa eine Sekunde 1, 2 Jeweils zwischen den Fahrzeugen vor allem Also Und vor allem die Top 7 Top 8 vielleicht Die ziehen da auch schon mächtig weg vom Rest des Feldes Also da ist die 29 Sieht man auf der Minimap Noch irgendwo so ein Bindeglied dazwischen Aber ab P15 Äh, ab Fahrzeug 15 Nicht P15, sorry Ähm Da wird's schon ein bisschen deutlicher Ist das da ganz vorne eine McLaren Shadow Lackierung Oder Weil ich meine das Äh, dass die Shadow Grafik von McLaren ist beim Porsche, oder? Hör ich mich gerade Ja gut McLaren Shadow auf dem Porsche Weiß ich ja nicht So Ferrari zeigt sich schon mal Porsche Deswegen habe ich auch ein bisschen Aufgehört mit dem hier zu fahren Markus ist jetzt wieder dran Wild Äh, Porsche hat ja leider sehr wenig Top Speed Das ist eine Sache Das ist eine Sache, die wirklich sehr schade ist Ähm, und Dementsprechend bin ich jetzt auch mal gespannt darauf Wie so die ersten, äh, Start-Ziel-Überfahrten jetzt werden Ähm, weil Da kann der Porsche durchaus auch ein wenig schwächeln Und jetzt gerade ist der Ferrari schon so nah dran Ähm, der ist jetzt nur zwei Zehntel weg gewesen bei der letzten Sektormessung Da könnte es auch noch mal ein bisschen Enger werden jetzt Ist halt die Frage Kann er sich gegen den Ferrari verteidigen, der Porsche, oder nicht? Wie wechsle ich gerade die Autos durch? Kann mir das jemand gerade mal bitte im Chat sagen? Und der Porsche geht schon mal ganz nach innen Ach, Leute, tu das nass Shift-Falltaste, danke Ich gucke aber jetzt schon mal Shift links-rechts Okay, danke, danke, danke Und der Porsche verteidigt da außen Der Ferrari geht innen rein Und der Porsche kommt quer Der Porsche kommt quer Und Markus will eventuell die Hamilton-Line Macht er unter die Nico Rosberg-Line? Nee, macht er nicht Und Markus zieht auch eh zurück Und der Porsche fällt weiter zurück Jetzt auf drei Markus dran Jaja, der Will da auch nicht reingehen, großartig Ja, bleib einfach ganz gechillt Guck's dir an Abstand nach P9 Muss das glaube ich sein Oder P10 Ist eh relativ groß schon Und ich denke Top 10 ist alle Ehren wert Wenn das hier in irgendeiner Form klappt So, Moment Shift-Falltaste So, hier sind wir mit dem Porsche on board Ja Jetzt gehen wir aber nochmal zu Markus Weil Jetzt ist natürlich die Frage Da ist hinten Ist jetzt auch schon Ferrari dabei Jetzt ist natürlich die Frage Okay, wie schaut's aus? Kann da eventuell Markus jetzt nochmal attackieren? Ja, wie gesagt Der Porsche Es ist zum Fahren echt geiles Auto Wobei ich nicht ganz so warm wurde mit ihm Da wurde mir gesagt Vielleicht seien die Setups nicht so optimal Die ich da nutze Aber Der Porsche Ist halt Was die Topspeed angeht Echt Sehr frustrierend Weil Schaut's euch an Also Ja Was willst du da Was willst du da machen? Also Ich freue mich gerade mega Über Markus P3 Was Wie auch immer das gerade hier passiert Aber es passiert Aber Andererseits Finde ich es auch einfach schade Wie es mit Wie es mit Der Porsche halt einfach ist Aber Markus einfach P3 Einfach Unfassbar gut gerade unterwegs Ja und damit hat sich glaube ich auch langsam Aber sicher die Frage beantwortet Wer von uns beiden die bessere Pace hat Weil ich glaube nicht Dass ich hier vorne so Mitfahren könnte Ja aber ich bin ja auch Noch wieder recht frisch dabei Mal schauen Vielleicht Vielleicht ja in paar Wochen Who knows Oder zu deutsch Wer Nase So nach P7 Gibt es da schon Eine 1,7 Sekunden Lücke Begrößert die sich? Nein die wird kleiner 1,5 Ah aber hinter P4 ist auch wieder schon Eine gute Sekunde Fast Markus Jetzt mit einer PB Fährt er jetzt die 43er? Das wäre wild Stark Ja also mit denen da vorne Die sind halt zu schnell Ja alles entspannt Wenn die beiden Kann sie das Spektakel ja ansehen Aber ansonsten P3 Ich glaube die sind schlauer Ja vielleicht wussten die auch Dass die den Porsche aus dem Weg Kriegen müssen Damit sie dann eventuell Mehr pacen können Weil der Porsche auf der Geraden Einfach schon ein Handicap ist Nicht nur für einen selbst Sondern auch für alle Hinterherfahren Natürlich So Temperaturen sind immer noch Bei 27,27 So und wir gucken mal kurz Nach hinten Der BMW kommt jetzt Tatsächlich näher Ja und hier sehen wir Tatsächlich schon Zu P10 Sind es Dreieinhalb Sekunden Zu P11 Sind es Fünf Sekunden Vom BMW aus Also das ist schon mal Eine relativ große Lücke Die hier jetzt Entstanden ist Du schaffst doch schon immer Belieben Ja Ich bin da Sehr realistisch Ich glaube Gegen Markus wird es Bei Markus Pace Kann ich da Stand jetzt auf jeden Fall Noch nicht mithalten Kann ich auch die Leute Hier anklicken Einfach Ne Kann ich nicht Da müssen wir es ein bisschen Weniger Elegant machen Hinter dem Porsche Haben wir jetzt aber schon Eine 2,5 Sekunden Lücke Hinter dem Porsche Ist jetzt auch schon Eine 2,5 Sekunden Lücke Pace da ist eine 45,2 Dahinter eine 46,1 Ja also Das Könnte ich wiederum Auch fahren Glaube ich Pace technisch Äh Unter 45 Geht bei mir Denke ich auch Auch wenn es dann 80 Liter sind Sollte machbar sein So ansonsten Ist es natürlich Sehr Entspannt Und man sieht es Jetzt schon Fahrzeug 20 Da ist jetzt gerade Mit die größte Lücke Die nächste Lücke Die ähnlich groß ist Oder noch größer Dann ist Ist zwischen Fahrzeug 10 Und 36 Also die ist auf jeden Fall Größer dann die Lücke Ja ist eher mit der Lücke Von 4 bis 15 Vergleichbar Die jetzt gerade In Kurve 5 sind Aber Markus hält halt echt Verloren gegangen Aber es Ja Easy peasy Der Porsche hinter uns Da bin ich jetzt auch mal Auf den Reifenabrieb gespannt Ah doch Keine McLaren Shadow Das sind einfach nur so Würfel Und vielen Dank Jack Reacher Für den Prime Sub Alles entspannt Egal was passiert Der Porsche hinter dir Kann im Prinzip Nicht angreifen Ja und das ist Actually true Der Porsche Ist ein Auto Mit dem man kaum Fighten kann So Aber auch ein Wunderschönes Automobil Und eine Farbe Die mir mittlerweile Mehr zusagt Als ich es früher getan hätte Zwei Sekunden Rückstand Dann hier mittlerweile 1,2 weitere Sekunden Dann hier Gützlaff Der auch Damage am Auto hat Auf der linken Seite Das sehen wir ganz gut Hat doch eventuell Der Ferrari ein bisschen Damage Der vor ihm fährt Müsst dann auf der Rechten Seite sein Beim Porsche war es Auf der linken Falls ich rechte gesagt habe Ne hier Der ist mit dem Ferrari Aneinander geraten Oh Gut zu wissen Mit Pozenjakov Der sich hier Sehr verbremst Gerade Uiuiuiuiuiuiuiui Also Wild Ja und Markus Das ist entspannt Also Da kann ich gleich Mal durchgeben P6 bis P8 Da wird gekämpft Das ist super Fahrt ihr eigentlich Bremsen 1 oder 2 Das weiß ich ehrlich gesagt Nicht Ich glaube 1 Bin mir aber nicht so sicher Muss ich gleich Markus fragen Und moin Dömschen Was geht Schatzi Auf welchen Platz Fahrt ihr dann? P3 P6 bis P8 Fighten auch ganz gut P7 und P8 Haben auch Damage an den Seiten Und zwar gut sichtbaren Okay Jojo Also wird auf jeden Fall Ein bisschen Repair Time kosten Und die beiden Fahren weiter in 45.4 Also Ja ich sag mal Aktuell Hat Markus Eine recht komfortable Position Und Schneckenburger Oder Schneckenburger Hat da auch Gerade Ein etwas schwächere Pace Fällt ein bisschen zurück Wenn auch nur Sehr geringfügig Weil Die Curbs Wild Hat hier eine 44.5 Zuletzt hingelegt Was eigentlich eine ganz gute Zeit ist Aber Trotzdem Markus zieht hier langsam davon Bro Das ist echt nicht das Das ist eigentlich echt nicht Das Szenario Was ich gerne gehabt hätte Ich wollte ein entspanntes 3 Stunden Endo haben Und jetzt fahren wir hier Plötzlich ums Podium mit Dadurch bin ich natürlich auch Jetzt angesprochen Nochmal alles zu geben Ja müssen wir mal gucken gleich So Von Markus Zu P6 Der Abstand jetzt bei 5 Sekunden Flat Wächst auch auf über 5 Sekunden Zwischenzeitlich jetzt an Danke dir Wenn du Kameraset 2 Das ist etwas weiter weg Das sieht ein bisschen schicker aus Danke Welches Kameraset 2 Gehe jetzt mit F3 durch Ich habe jetzt F2 getestet Alles entspannt Pace ist immer noch super Ja Ja Ist immer noch super Das rutscht hinten links so sehr Ganz entspannt Die da hinten fahren jetzt 44.9 Ab P5 Weiter so Ja ich fahre auch auf Ich bin auch auf den F3 Camps Wahrscheinlich wegen Triple Screen Das ist sehr nah Am Am Fahrzeug Also so sieht es dann auch Wieder ein bisschen anders aus So ist es ein bisschen Entspannter Ach du meintest hier Das Die Kamera meintest du wahrscheinlich Okay okay Ich habe einfach meint Manchmal brauche ich einen Moment Bis ich sofort verstehe Was So Da sieht man jetzt auch Ganz gut die Abstände Hinter dem Ferrari Etwas größerer Abstand Da kam Gützlaff Ein bisschen näher Eine Zehntel Aber ansonsten Ich würde sagen Markus muss sich da Überhaupt noch nicht stressen Noch eine halbe Stunde Hier in dem Stint Ist es ein Teamrennen Oder kann man es auch Alleine fahren Es ist ein Teamrennen Soweit ich weiß Ach da Kamera Set 2 Jetzt verstehe ich Das ist der Name Von Set 2 Ich dachte halt Kamera Set im Sinne von Das sind mehrere Ja Also Set heißt ja Also zumindest In meinem Sprachgebrauch Mehrere Sachen In einem umfasst Komm Gibi Geh mal ins Bett Let's go Straub Danke für die 24. Mit Prime Merci Papa muss hier Kommentieren Papa muss arbeiten So 4,9 5 Jetzt wird der Abstand Wieder größer 44,8 Weiter hinten 44,5 Vom Ferrari Direkt hinter Gützlaff Jetzt müssen wir natürlich mal schauen Wie sich das hier jetzt entwickelt Da Wird gefightet Da wird sich verteidigt Und auch wenn es erstmal nicht so super viel Zeit kostet Weil es ist ja Nur Turn 1 Man sieht es sind trotzdem zwei Jetzt drei Zehntel Infolgedessen auch Die dann fehlen Und das sind ja auch die beiden Autos Die ein bisschen Damage haben Wenn euch nicht alles täuscht Also bis P11 Sind alle so grob in Reichweite Aussi Dank für den 19 Merci Jo Danke dir Wami Triple Screen ist in der Tat Sehr sehr schick Ja Triple Screen macht immer Spaß So Wir bleiben mal hier kurz beim Ferrari drauf Nicht nur weil Ferrari super ist Sondern auch Damit wir hier mal kurz Zeitentechnisch auch ein paar weitere Autos im Überblick haben Also wie die führenden Autos sind Das ist ja eigentlich egal Pace-technisch Wichtig ist Markus Schneckenburger Der Ferrari hier Ich wage mich jetzt nicht den Namen Den Versuch zu unternehmen Den Namen richtig auszusprechen Dann der Porsche Der Ferrari dahinter Und natürlich auch Im Zweifel die beiden BMW dahinter Und Linus Vielen Dank für den vierten Merci Wann fährst du? Ungefähr in einer halben Stunde Dann über den ich ins Tint Dann über den Markus wieder ins Tint Dann über den wieder ich ins Tint Eureka So 44-2 an der Spitze Die ganz vorne lassen auch langsam nach Der vor dir fährt 44-2 Der hinter dir 45-0 Und die aus der hinteren Gruppe sind auch bestenfalls 44-5 gerade gefahren Ja also entspannt Oh da wird dahinter gefightet Und wieder Wieder wird gekämpft Natürlich wird sich wieder verteidigt Und das tut allen Die weiter hinten sind gut Und noch nicht direkt an der Gruppe dran sind Und auch allen die vorne sind Weil da kommt der Ferrari weg Da kommt der Porsche weg Da kommen alle weg Und Hennepard Vielen Dank für den Prime Star mit den zweiten Merci Vielen Dank Wir sind gestern mit dem M6 Von P11 auf 38 gefahren Wait Von P11 auf 38? Hätte ich gar nicht erwartet Dass wir mit einem Oldtimer noch so weit vor können Du weißt von 38 auf 11, oder? Ach, auf P11 von 38 Ich bin Ja okay Ich kann nicht lesen Ups Nun So Da haben wir auch unseren Audi 4344 Rückstand Schneegenburger 1,5 behind Zwei Sekunden Zwei weitere Sekunden dann zum Ferrari Zwei weitere Sekunden zum Porsche Und jetzt gucken wir natürlich mal wieder Wie es hier mit dem Zweikampf aussieht So 3 Zehntel behind 45, 5 45, 4 Das kostet mächtig Zeit Denn jetzt sind auch Frohn und Wellmeyer Direkt dahinter Und jetzt Gibt der Porsche glaube ich auch Na Vielleicht auch nicht Oder vielleicht auch doch Ja Der Ferrari ist vorbei Zwei Zehntel Zeit verloren Ungefähr so viel wie man auch verloren hat Als man Quasi dann mit dem Porsche Gemeinsam da durchgefahren ist Und Immer zurückgezogen hat Also Effizientes Überholmanöver Auf jeden Fall Könntest du das Setup so lassen Für ein paar Runden So kann man sehr viel lernen dir zuzusehen Meinst du wenn ich fahre Eigentlich war der Plan wenn ich fahre Das wir dann auch Umschalten noch Ich gucke mal ganz kurz Ob ich hier grob drücke Für 26, 26 Auch vorgegeben habe Die ich plane Ich würde dann die für 23, 27 Grob nehmen Bumble Klingt das gut Wobei du hast ja gesagt Umgebungstemperatur ist für Reifendrücke Wichtiger oder Als für Als die Tracktemperature selbst Naja das Ding ist Strangeview Ich möchte halt ungern jetzt Während der Fahrt Vor allem während eines Endo Renns Dann äh Also du kannst dir gerne mal Die LFM Rennen anschauen Ja Äh Als VOD jetzt Die hier auf Twitch dann sind Äh Da habe ich das im Quali ein bisschen gemacht Aber ich würde jetzt ungern Während des Rennens Hin und her schalten Aber BMW ist ja echt stark Was äh Kontinuität in der Pace angeht Der BMW wird auch nur noch stärker Weil ähm Der ist tatsächlich jetzt Äh Bei Hohen Temperaturen Ein bisschen geplagt Weil die Vorderreifen dünner sind Und stärker zum Überhitzen neigen Die linken Reifen Äh reagieren hier sehr sehr Aggressiv Also die sind sehr ähm Leicht angreifbar Und äh Deswegen Würde ich tatsächlich Empfehlen Dass man da Äh Was heißt das Würde ich empfehlen Ähm Deswegen ist es vorteilhaft Wenn man Äh Mit dem BMW Dann bei niedrigeren Temperaturen Auch unterwegs ist Oder wenn die Temperaturen Niedriger werden Wenn man mit dem BMW fährt Ähm Bringt einem dann Vorteile Kimi Mach dein Bett nicht kaputt Leg dich einfach rein Nicht auseinanderrupfen Und keine Ahnung was Irgendeine doofe Trotzreaktion Nein Leg dich doch einfach In ein zwei Stunden schlafen Und dann kannst du wieder zu Papa Drei Stunden Zweieinhalb So Okay korrekt Also sollte ich dann Vielleicht doch Eher auf So ein bisschen höher noch gehen Dann würde ich die Drücke Glaube ich nehmen Die habe ich mir jetzt mal eingekreist Auf 44,6 Und dann du bist ab p3 das schnellste auto nur ein sieben sekunden entfernte ferrari ist eine zehnte schneller grad gewesen das buch b oder foch nepport jackoff ok umgebungstemperatur etwa 0,1 psi pro grad strengtemperatur 0,1 psi pro 10 grad copy geil links auf dem poster steht skf da arbeite ich im werk von steyr nice nicer zufall ich weiß auch nicht was die mit dem ferrari genau zu tun hatten aber official supplier wahrscheinlich dann aber so 44,4 der ferrari macht gerade mir so ein bisschen sorgen von der pace her ansonsten lobmeyer jetzt 44,7 auch da ist marcus ja auch tendenziell pacetechnisch real 6 man vielen dank für den prime sub merci sitz ist der sparco r100 schön gemütlich auch für etwas behäbigere menschen geeignet menschen die etwas mehr volumen haben ich finde es aber einfach insane wie marcus sich nicht nur auf p8 qualifiziert sondern innerhalb von einem sektor auf 4 nach vorne fällt dann auf p3 und jetzt auch noch p3 hält mit einem mehr als nur komfortablen vorsprung gerade das ist echt krass vielen dank six ben einst entgeht 45 minuten das heißt noch etwa 18 19 minuten dann bin schon ich dran ne aber ich kann Markus ist einfach ein Tier und der schätzt sich gerne. Ja, ich formuliere es mal anders. Dass Markus krass ist, das bezweifle ich keineswegs. Aber, dass wir jetzt plötzlich hier in diesen Gefilden unterwegs sind, das hätte ich halt nicht erwartet. Wird sich vielleicht relativieren, wenn ich ins Auto steige. Mal gucken. Okay, hier ist noch auf Platz 12 Boothby. Von dem Markus gerade auch gefragt hatte. Ist auch nur dreizehntel schneller als Markus, also alles halb so wild. Welchen Rückstand hat er eigentlich ungefähr zu Markus? Von hier sind es zu Markus 6 Sekunden. Dann zu Prostusen Jakov. Das sind 11. Und zu Fron. 14,5. Einfach 15 Sekunden behind. Okay. Gut, base. Stay calm. Du bist halt sehr viel schneller als der Dude hinter dir. Und da wird es gleich auch wieder Fights geben. Und der Porsche verteidigt sich. Ja, und das kostet jetzt richtig Zeit. Ihr seht es gerade nicht im Delta, aber es sind sieben, acht Zehntel, die hier gerade flöten gehen. Heiliges Kanonenrohr. Eine Sekunde jetzt. Für den Ferrari zumindest. Und der Ferrari dahinter ist auch direkt dran. Oh mein Gott. Ist ja die Frage, ne. Was machst du in so einem Moment, weil er ist auch schneller als der Ferrari vor ihm. Ich würde vielleicht in dem Moment sagen, na gut. Du bist ja pace-technisch gut. Du wirst ja jetzt gerade nur vom Porsche aufgehalten. Ich warte vielleicht eine Runde. Hol du den Porsche. Dann hole ich den Porsche. Dann hole ich dich. Äh, dich. TC haben sie auf neun. Die auf sechs. Warum? Sollte der Ferrari nicht eigentlich super entspannt sein? Beim Mittelmotor? Oder ist er so unruhig mit einer niedrigeren TC? Oh mein Robi. Oh, ja. Ich werde gleich auch am Lenkrad sitzen. Ein 15 Minütchen. Etwa. Ei, 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 ei. Den 47 von Markus. Boah, 46er vom Ferrari davor. Und jetzt ist Markus der schnellste bis P10. Jetzt gibt es die Attacke. Oh, da gibt es keine Berührung, glaube ich, zwischen den beiden Ferrari. Haia. Und damit sind es, by the way, wieder sieben Sekunden zwischen Ponsniakow und Markus. Wild. Ja, stimmt. Genau der Markus aus dem Le Mans 24 Stunden Rennen ist es auch. Mit dem Le Marcus Kuchen, ja. Äh. Das war schon geil. Ja, Legenden Status. Durch und durch. Und jetzt hat er schon fast die gesamte Gerade hier einen Vorsprung. Ich versuche mich einfach nicht so verrückt zu machen dann gleich. Selbst wenn die vorbeikommen, dann einfach sagen, stay calm, stay calm. Und einfach. Puh. Fokus aufrechterhalten. 53% BB und 5er Ups. Okay. ABS, okay. 1% fahren die weiter hinten. So, jetzt bin ich mal gespannt. 44,6 von Markus. 44,7 von Markus. Und jetzt 45,2. 3. 45,1. 44,6. Trotz Überholmanöver vom Ferrari. Krass. B-Pack. Danke für den 33. mit Prime. Moini. Gibt es die Casting Couch noch? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Oh, danke Robi auch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo die Couch jetzt ist. Ob die wieder zu meinem Bruder zurück ist oder was genau mit der ist. Dann gucken wir mal auf den Boothby. Wenn Markus den eh schon mal kurz im Blick hatte. Oh, der ist jetzt so 45,0 gefahren. Na, aber die Runde wird jetzt auf jeden Fall schneller. Ah, hier geht es um P9 und P10. Hoffentlich ist es P10-Jakows Teamkollege, der gleich einspringen dürfte. Nicht so schnell. Wäre wünschenswert. So. Alter, der kommt aber auch echt ran, ne? Ganz wild. Wir nehmen nochmal eine mögliche Attacke hier mit. Der Ferrari mit der Nummer 20 hat aber ordentlich Momentum verloren. Der war ja eigentlich direkt dran am Porsche, auch mit dem Angriff. Wir holen etwas auf, ne? Wie bitte? Wir holen etwas auf. Ich gucke tatsächlich nur nach hinten aktuell. Und da machst du immer Abstand gut aktuell. Aber es kann auch sein, dass du aufholst. GG. Ferrari kam noch nicht vorbei. Gehen wir mal zum Markus zurück. Wollte eigentlich noch die Attacke mitnehmen und dann zum Markus zurückschwenken. Gut zu sehen, dass es bei Markus auch so wird. Oh ja, er holt richtig auf. Krass. Ich sehe es ja jetzt tatsächlich erst. Du hast zwei Sekunden oder so gut gemacht. Krass. 45,1. Ist auf jeden Fall stark. Startziehen. Gucken wir nochmal kurz auf den Ferrari. No time. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, B. So, wir gehen gleich nochmal auf den Ferrari dahinter. Selbst schuld, wenn man unbedingt hinten starten möchte. 5,2 Sekunden Damage geht sogar noch. Ja, ich hätte auch gesagt, also 43,8 ist sogar eine gute Zeit. Ich glaube auch nicht so, dass das der Damage dringend ist, aber... Oder dass der Damage dann so viel kosten dürfte, aber... Ja. Porsche hinter dir ist ungefähr sieben Zehntel langsamer. Da wird gleich gefightet. Boah, der Porsche... Unleashed seinen inneren Alonso. Oh! 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 Oh mein Gott! Aber es ist nicht mal so schlimm gewesen, wie ich gedacht hätte. Oh mein Gott! Alter! Ja, ja, das war... Ist natürlich die Frage, ne? Der eine will halt in Kurve 3 rein, der andere denkt sich schon... Du bist auf halber Höhe, Digi. Geh mal weg. Ich bin kein Steward, ich will das nicht entscheiden. Ich, äh... Ich sag mal so, danke an den Porsche auf jeden Fall. Oh! Hinter dir gab es zwar kein Terminal Damage, aber es hat trotzdem gekracht. Und wir haben jetzt drei Sekunden mehr Abstand etwa. Ja, ja, alles gut für Markus. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Also... Ist natürlich schade für alle, die hier hinten unterwegs sind, aber... Ah, es ist für uns eigentlich nur recht entspannt jetzt. Das ist eigentlich not bad. Markus? Fährt weiter ganz entspannt seine Runden. Ist jetzt auch im 45er-Bereich. Ah, ich wollte mich mal zusammenreißen. Alles gut. Alles gut, du machst das. Ich meine, die Reifen bauen jetzt auch gerade ab. Wählt gerne ein freshes Side of Tire gleich aus. Ich... Machen wir auf der nächsten Geraden. Auf der nächsten Startziel. 47.0. Ja gut, mit den... ... ganzen Zwischenfällen, die hier gerade passiert sind. Also das ist halt für uns gerade echt der Trumpf, ne? Einerseits der Porsche, der zwar auf der Geraden unfassbar langsam ist. Und dem ist gerade... Das ist jetzt kein Disrespect. Im Verhältnis zu Markus. An Pace fehlt! Und da ist der Ferrari quergekommen. Der Ferrari ist quergekommen. Ah, hätte ich die Triple Screen... Die Triple Screen Cam gehabt, hättet ihr das noch gesehen. Schade. Ähm... Ja, der Ferrari, der ist halt gerade mächtig... ... in Bedrängnis geraten. Ne, aber das ist halt das Gute jetzt für uns gerade. Der Porsche ist auf der Geraden nicht so super schnell. Fightet aber. Ihm fällt zu Markus jetzt gerade auch ein bisschen Pace. Und... Es ist jetzt eine relativ große Gruppe. Und da wird auch recht viel gefeitet. Da... ... liegen die Nerven vielleicht tatsächlich schon ein bisschen blank. Oh! Weil jetzt auch ungefähr ein Viertel der Renndistanz dann abgeschossen ist bald. In sieben Minuten. Und dann geht's auch zu den ersten Boxenstops. Und natürlich möchte man den jeweiligen Kollegen einfach ein bestmögliches Szenario hier überreichen. Und das Auto in einem bestmöglichen Szenario. Jetzt geht der Ferrari rein. Reicht's hier? Der Porsche mit dem Switchback kommt hier zurück. Und kann eventuell hier auf... Oh! Das ist Wahnsinn, Alter! Wie kam der da doch durch? Leute! Wilde Zweikämpfe, die hier passieren. Oh mein Gott! Oh! Also hinter dir wird gerade so viel gekämpft, Markus. Die fahren drei Sekunden gerade off-pace. Die sind über zwei Sekunden in der Runde langsamer gewesen. Bleib gechillt. Alter! Was geht ab? Jetzt ist der Ferrari durch. Oh mein Gott! Ja, okay. Das geht für mich auf den Porsche. Das ist dann auch... Ja, in der Situation zumindest dann Karma. Nicht für die Gesamtbetrachtung. Aber ich sag mal so, jetzt nicht unbedingt Karma, sondern gut, dass es da nicht den anderen erwischt hat, weil der Porsche kam halt einfach weit raus. Lakes Roth, vielen Dank für den 27. mit Prime. Merci. Moin, viel Erfolg euch. Merci. 13 Sekunden jetzt. So, gehen wir zu Markus. So, du kannst jetzt schon mal das Boxen-Menü aufrufen. Ich gebe dir gleich auf der Startziel die Drücke durch. Erst vorne, dann in der Runde nach hinten. Voila. Okay, los. 24, 9, 26, 3. Weiter. 24, 7, 26, 0. 0? 0, ja. Copy. Also 26, 0 am Ende. Dann kannst du auf der Gegenrad noch die 80 Refuel reinpacken. Abstand nach hinten ist bei 13 Sekunden. Da sind ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt. Den Porsche hat es rausgeschossen. Geht rum. Ja, egal. Hat uns nichts zu interessieren. Ja, ja. Die haben da relativ viel gefightet. Die Ferrari wollten da dringend vorbei. Und der Porsche dachte sich so, nö. Und irgendwann, ja, wurde es halt sehr eng zwischen denen und zu eng. Der ist erst mit dem Fahrzeug Nummer 7 auf P5 zusammengeknallt. Und dann mit dem Auto auf P4 jetzt. Also, die haben beide ein bisschen Damage. Und ja, der Porsche ist auch noch rausgedreht jetzt. Und dann mit dem Auto auf P5 zusammengeknallt. Und Boothby ist aktuell auf P7 nach wie vor mit etwa 15 Sekunden Rückstand. Die haben auch 5 Sekunden Damage vom Start. Die können wir nicht halten später. Ja, ja, alles gut. 80 Liter Refuel ist auch drin. Mach ich gerade. Copy. Ich habe es nur bis 69 geschafft. Reicht das auch? Alles gut, alles gut. Oh Gott. Hinter dir wird wieder gekämpft. Und da ist jetzt der etwas schnellere Ferrari durch. Der war zuvor hin und wieder mal 1, 2 Zehntel schneller als du. Aber wir haben halt 14 Sekunden Vorsprung. Stefan, danke für den Giftzapp. Falls ich mich noch nicht bedankt habe. Ehre. 5 Minuten Stintime habe ich noch. Also quetsch zwei Runden. Boah, Digga. Ist das dein Ernst oder wie? Hat er irgendwas angezeigt, dass er mich vorbeilässt? Das hat mich gerade voll verwirrt. Ich habe nichts gesehen von der Top-Down-Cam, aber alles gut. Er schafft Zeiten. Trotz Überrundung eine 45er. Abstand nach hinten ist weiter angewachsen. Ja, bis jetzt sauber. Ah, aber jetzt sehe ich gerade, du bist auf 4 gegangen. Oder war er schon auf 4? Keine Ahnung. Stimmt, ich habe die Ferraris im Kopf gehabt. Sorry. Klar war zu viel. Hinter dir wird wieder gefeiert. Da ist jetzt Boothby dran. Ja, also das ist nicht unsere Kragenweite. Ja, ja. Oh, da hat der Wagen mit der Nummer 7 der etwas schnellere Ferraris seit der Box gewesen. Ja, danke, aber... Bumble denkt, die dürften mit freier Fahrt eine bis anderthalb Sekunden aufwollen. Ja gut, zu dir eine, zu mir anderthalb. Ja, aber Abstand nach vorne ist 5,5 immer noch. Machst du super. Abstand nach hinten ist weiterhin 15 Sekunden etwa. Airpressure ist brechen gerade etwas ein. Willst du zwei Klicks mehr? Ähm, ich denke mal, dass das am Ende immer... Kannst du es so lassen. Ich habe schon bei... Ich gucke mal, bei wie viel... Was für Thames das ungefähr sind. Also geschätzte... Ich habe es auf die Thames ausgelegt. 25 und 30 Grad. Das ist es. Vielleicht kannst du mit 0,1 noch mehr reinpacken. Letzte Runde. Copy. Ich gehe schon mal in... Achso, Drive ist okay. Ich muss nur die Cam haben, ne? Genau. Dass du die F1-Taste parat hast. Copy. Dann bin ich schon mal drin. Mach ich die Tastatur jetzt mal aus. Wird ja doch nicht mehr so unendlich viel Akku. Puh. Abstand zu Booth B wächst, by the way. Wobei, mal so, mal so. Ah, der Honda war in der Box. Okay, Bumble macht gerade Spionarbeit. Die werden den Damage fixen. Was sie wahrscheinlich wieder hinter die Gruppe zurückwerfen wird. Wild. So, ich brauche jetzt wahrscheinlich keine Maus oder so. Ups. Nice, der Stint made. So, also. Wir haben noch 3,5 Liter drin. Ich gebe dir deswegen 78 Liter. Jawohl. Precious hast du mir ja genannt. So, jetzt muss ich dann auch parken. So, stopp. Direkt hoch. Ich gehe schon mal auf Vollgas. Zündung ist an. Zündung ist an. Jawohl. Vielleicht gehe ich nochmal vom Gas runter und wieder drauf. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert. Ja. Ich zähle dann ab 5 runter, ne? Jawohl. Das ist gerade bei 15. 10. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Das war ein Moment zu früh mit der Engine. Ach. Ich habe jetzt kurz mal keinen Rückspiegel. Ist gut. Dann toi, 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 toi. Jo, toi, toi, toi. Da kommt ganz viele überrundete Grad. Everything good. Ja, GG, Markus. Das ist sauberer Stint. Wir haben sogar etwas aufgeholt auf den Thunderfonds. Nice. Ja, vielleicht ist die Pace beim Chiro nicht die flotteste. Das werden wir gleich alles sehen. Ja. Oder die eine Runde. Wir konzentrieren uns auf uns selber. Wir fahren unsere Pace. Wer schneller ist, ist schneller. Ende. Korrekt. Ja, vielleicht ist das. Hintermann ist in die Box gegangen. Dobby. Vordermann 45-7. Dobby. Vom Ferrari behind kannst du mir auch gerne die Pace geben. Das ist glaube ich Auto 7 dann. Ja. Letzte 44. 45-6. Copy. Die sind wahrscheinlich deutlich näher gekommen, weil die jetzt zwei, drei Runden frische Reifen hatten. 40 Mühle vorne. Genau. Alter. Da geht noch eine Menge. Ja. 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 Hintermann hatte Verkehr 45,6 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gerade bei meinem Lifted Coast Untertitelung des ZDF, 2020 Die Pace ist super Merci Ja, also natürlich würde ich mir jetzt wünschen, in den 44er-Bereich zu kommen Und zwar deutlicher als jetzt Ich darf halt nicht vergessen, dass ich jetzt natürlich mehr Gewicht carry als zu den LFM Dailies Bin ich immer mit 15 Liter losgefahren, irgendwann 30 refueled, mit 35 oder so ging es dann weiter Und da hast du natürlich ein bisschen noch Restsprit dabei Auto vor mir ist jetzt auch nicht so unendlich viel schneller Natürlich ist schon so ein bisschen der Wille da, dass man da vorne noch ein bisschen aufholt, aber ich bin gerade auch schon in Kurve 3,5 gerutscht Und ehe ich mir da die Reifen langfristig hier kaputt fahre, bleiben wir einfach geduldig Vor allem sind wir in der Runde länger gefahren und haben trotzdem aufgeholt, das heißt Insgesamt haben wir da auch einen minimalen strategischen Vorteil Das ganz leichte Snappen vom Audi gefällt mir manchmal nicht beim Exit Kannst du es abfangen oder die TC fängt es ab, aber Oh, die Bodenwelle meinte Markus Kommt die denn her? No time gained Rektorweise Ja, 44,6 vor mir Der ist manchmal schon schneller Pod of 2 hinter mir ist aber nicht so schnell Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 44,4 4,4 4,4 5,4 5,4 5,4 5,4 6,4 6,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 6,4 6,4 6,4 6,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 6,4 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 7,4 Vielen Dank. So, ich gebe mein Bestes, dass ich dich jetzt nicht aufhalte. Also, wird die Strecke gerade langsamer oder was ist hier gerade los? Weil Michel Behrendt fährt gerade auch nur eine 44,8. Das finde ich irgendwie gerade sehr wild. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich in meiner PB ungefähr so schnell bin wie Michel. Aber vorauf, P4 hat echt nichts zu sagen. Weil laut Bumble, unabhängig von Last to First oder nicht, gehören die einfach auf P1. Das sind halt die Leute, die mit Jardy ansonsten fahren. Das sind richtige Tryhards. 45,6, 46,2. Okay, also unsere Pace ist auf jeden Fall schneller. Heißt, wenn wir dran sind, doch schnellstmöglich vorbei. Yellow Flag voraus auch noch. Schon wieder? Wieder direkt voraus. Alles gut, halbe Sekunde liegen lassen bis jetzt, aber dafür ist es auch nur noch heiler. Das ist das Wichtigste. Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Danke, by the way, natürlich auch für alle Subs, Giftsubs und Co. Da gehe ich gleich drauf ein, wenn Markus wieder übernimmt. Ja, 4 Sekunden noch behind. Zu P4 sind es, glaube ich, immer noch etwa 10 Sekunden. Ja, 4 Sekunden. Ja, 4 Sekunden. Ja, 4 Sekunden. Die Zeit geht aber echt schnell rum, schon 20 Sekunden, äh, Minuten vom Synth vorbei. Sekunden. Ob sich das so ein 400 Meter Läufer auch denkt. Oh, geht echt schnell rum, schon 20 Sekunden vorbei. So, Rundenzeit geht wieder in die richtige Richtung. Eifendrücke. Gumm, wir sind halt unverändert bis jetzt, also 25, 25 ist die Temperatur jetzt. Ja, das war natürlich jetzt der entspanntere Teil Markus' Stint, dass er keinen Verkehr hatte im Sinne von überrundeten, aber natürlich hat er ja Verkehr im Sinne von Positionskämpfe um sich herum. Also, was am Ende entspannter ist, ich glaube, Startfahren ist immer ein bisschen unentspannter. Aber das wird hier natürlich im zweiten Stint jetzt auch noch bevorstehen. Dankeschön. Dankeschön. Ehrenmann. Ehrenmann. Sind sogar schon über 20 Minuten, das sind es vorbei. Jetzt schon 25 halt. Was, ich bin wieder da. 48 Minuten. WW! Neueste Entwicklung, Forch kommt kontinuierlich näher. Boah, ne? Also, Abstand zu P5 dann, ist aber noch bei etwa 10 Sekunden, Abstand nach vorne wächst. Oh ja, ich sehe es. Also Stand jetzt. P5, 45, 2. Ja, ich bin guter Dinge, dass wir hier in Richtung P4 oder P5 fahren können. Oh, das ist doch egal. Hm, ist gut. Wir sind auf jeden Fall, wo die Anzeige geht, nur bis 23, also wir sind auf jeden Fall 23. Und mal im Ernst, was hat man davon am Ende? Virtuelle Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Der Weg ist das Ziel, oder? Ja, ich bin auch ganz entspannt. Willst du wissen, wer das WM-Finale gewonnen hat? Hau raus, Argentinien. Ja, Elfmeterschießen. Ach, lol. Krass. Standbomb, Elfmeterschießen, war 3-3. Was? Krass. Ja, GZ. Dann hat Messi... Ja, Mbappé und Messi haben jeweils begonnen, beide getroffen. Ja, nee, nee, ich meine, dann hat Messi dort tatsächlich nochmal seinen gewünschten... Ja, passt doch, ja. Ja, es geht in Ordnung, also, ja. Ja. So, kommt näher, ne, such dir eine Stelle aus. Ja, vor uns sind halt vier Leute, die im 46er, 47er Bereich unterwegs sind. Ja, aber wie gesagt, ne. Kein Stress, der fliegt sowieso an uns vorbei, nicht, dass der driben muss oder so, ne. Alles entspannt. Ja. Ich könnte auch Armenien Minister of Defense auspacken. Please. Oh mein Gott, davor, der war richtig gekäfft. Ja, lass den am besten bei der Geraden durch, dann. Ach, ganz entspannt. Wenn er nah genug dran ist. Dieser ja. Ja? Ja, gut, jetzt sind es zwei Zehntel. Waren es gerade eben noch nicht. Und hier kontern! Nein, Spaß. Wenn du den jetzt abschießt, dann kannst du dich auf Haze ausmachen. Hä? Äh, meine Community schießt zurück. Jawoll, ne, hier, Krieg. Dave Gaining ging es zur V. Ja, so sollen die doch herkommen, die zwei Fans von ihm. Oh, Shots feiert. Was ist denn das? Oh! Ja, das ist natürlich scheiße jetzt, aber, ja. Ja, passt schon. Bleibt auf, bleibt auf, ja. Ja, natürlich, also. Silber verkaukt, ja. Er weiß jetzt halt um meine Absichten. Ne. Dass ich ihn besiegen will, kaputt. Mach mal noch das Regenlicht an, ne? Ich blinke nach links und fahre nach rechts. Ah, nee, wir fahren keine BMW, schade. Oh Gott, das, ja, das meh. Was war denn das für eine Goofy-Lache gerade? Leute, I know you are fighting for the Golden Toaster. Mit rein. But please let us pass. Ich hoffe mal, dass er sich jetzt überlegt, okay. Erst soll der Audi clearen, dann gehen wir mit durch und dann gehen wir am Audi vorbei. Weil er hat ja jetzt keinen Grund zur Eile, wie er gemerkt hat in der letzten Runde. Ja, der weiß ja auch. Wer Dave Gaming ist? Nee. Wie gesagt, LFM, ne? Eine Runde hast du Zeit. Jaja, aber die machen das schon alle deutlich früher. Ehrenleute. Ja, also bis jetzt lappen sehr easy. Sehr nette Leute. Das ist gut. Du magst beim Audi nicht, wie die TC teilweise so heftig reinregelt. Ich finde in Audi eine RCC ganz nett, aber in iRacing finde ich ihn nach wie vor immer noch so viel angenehmer. Wie gesagt, Ferrari hat kein Topspeed, also wenn du kurz ordentlich sein willst, dann guck mal. Geh doch. Geh doch. Ich glaube, der hat gedacht, du wolltest dich verteidigen. Egal, alles gut. Jetzt können wir uns wieder auf uns konzentrieren. Genau. Alles entspannt. Ich muss auch sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, das Stint geht echt schnell rum. Oh, weiß ich nicht. Ich bin halt jetzt schon... Machst du ja noch gute 10 Minuten, ne? Ich bin halt jetzt schon eine halbe Stunde am werkeln, ja. Oh mein Gott, jetzt weiß ich welche Bodenwelle du meinst. Das hatte ich vorhin auch einmal kurz erwischt. Tatsächlich, das Auto von Dizzy und Co. ist noch auf P23. Ja. 9 Sekunden etwa vor mir gerade. Ja, vielleicht waren die auch in eine Kollision verwickelt. Möglich. Mich hat es halt verwirrt, weil ich habe vorhin gesehen, dass ein Michel eine 44.8 fährt. Ich denke mir halt, der ist doch nicht geringfügig schneller als ich. Ja gut, BMW halt, ne? Ist der hier wirklich so bad? Ja, der killt halt die Reifen. Aber das war noch richtig früh im Stint, also war ich nicht. Beziehungsweise die anderen sind einfach besser hier, ne? Ferrari ist halt sehr gut hier, Porsche. Audi, Honda. Ja, seit dem Nerf ist der halt hier in Ordnung. Vorher war der hier halt OP, ne? Hm. Ja, Honda ist glaube ich echt gut. Immer noch ein gutes Auto, ja. Honda hat halt Leistung ohne Ende, killt aber auch die Reifen. Also die musst du halt können dann, ne? Copy. Lambo ist ein schlechterer Audi, effektiv. Das sind so die größten dann noch. Ja gut, Benz geht noch. Das finde ich überraschend, dass keiner Benz fährt. Trauen sich auch nicht. Der ist gar nicht so schlimm zu den Reifen. Aber, naja. Jetzt weiß ich, bei mir gab es irgendwann einen Punkt, ab dem konnte ich irgendwie gar nicht mehr mit dem Mercedes klarkommen. Jeglichen Simulationen außer in GT7. Ich weiß, LOL GT7 Simulation. Die Diskussion wird hier nicht geführt. So, wie viel Stint-Time hast du noch? 15. Super. Ich kann auch gerne eine Runde früher reinkommen, weil wir müssen jetzt, wenn ich jetzt auch die 48 Minuten ausreize und du dann nochmal, dann wird der letzte sind halt relativ kurz, aber dann haben wir halt recht frische Reifen, for what? Ja. Ja. Kannst du machen, ne? Ja. Also ich wäre fein damit, wenn ich nach 45 Minuten schon reingehe. Aber auch Foch fährt gerade nur eine 44,6, also irgendwie ist die Strecke jetzt langsamer geworden. Ich verstehe es nicht. Okay. 25 Grad. Ich hätte mal irgendwas gehört, von wegen, dass bei Nacht dann die Strecke irgendwie slower ist. Wegen irgendwie Humidity oder so. Und was war da mal? Straße dunkel. Stimmt sogar. Ja, wir haben keine Endolichter. Aber ich finde tatsächlich, es geht auch so. Ich bin vorhin zweimal Tod und Verderben ausgewischen. War halb so wild, aber es war so Turn 1 gelb, Turn 4 direkt danach gelb. Ja. Wie zufrieden bist du mit den Reifen drücken? Sind minimal hoch, aber vorne zumindest. Aber das wird sich denke ich noch zum Ende hin einpendeln gleich. Aber ansonsten so eine stabile 9,2 von 10. Ne, ist ordentlich. Hier fehlt gerade nur eines und das ist Talent. Hast du jetzt eigentlich die Drücke drauf, die du selber mir gegeben hast? Ja, ja. Müsst du. Okay. Ja, dann. Kann man es ja erstmal so lassen, wenn du es mir übergibst. Wenn du meinst, die sind jetzt etwas zu hoch. Komm. Ja, zum Ende hin gehen die nochmal runter. Ich kann ja mal gucken, wie der Drop ist. Falls die nicht droppen, können wir vielleicht vorne 0,1 runter gehen. Und hinten vielleicht 0,1 hoch. Wobei du magst es ja eher, glaube ich, 27,8 oder so zu haben, statt 27,3, ne? Ja, dann gib mir noch einen Klick drauf. Wenn dann nur hinten. Ach dir keine Gedanken mit dem Hintermann. Der hat keine Top Speed. Piep. Piep. .. Untertitelung des ZDF, 2020 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 kimi manchmal so wird hast du drin 75 habe ich gerade wie viel ich habe gerade 13 noch drin also ich weiß 46er furchtbar okay hast du nicht druck runter gemacht okay da habe ich gerade schon gemacht sehr gut haben wir es jetzt so war ich weiß auch einfach die distanz ausgabe ich rari will senden wie es dir beliebt wenn du meinst du gehst der kollision aus dem weg wenn du pittest eigentlich auch ein argument ich habe zehn liter noch dabei etwa ich packe die 71 liter drauf und gehen die sache und rein copy unnötig jetzt gehst du sowieso ein wichtig damit er seinen 22 platz verteidigen kann nach was weiß ich dass die leute ihren fahren wir gehen jetzt in die box und vorsichtig mit dem bodenwellen schön vorsichtig ich bin auf der cockpit perspektive ich bin auf der cockpit perspektive ja und muss und nun an 25 juli habe ich also starter starter drücke ich so ungefähr zwischen drei und zwei ansonsten ansonsten guckte auch auf dem pittlimiter haben noch johon neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins eins das war gut ja also kurz also zum ende wo die drei noch drauf ist muss man es glaube ich machen doch total toll schatzi tc noch auf zwei wenn es dir gefällt aber ich lasse erstmal nice ich bin mit der pace nicht ganz zufrieden aber erstmal karre nicht weggeworfen das ist das wichtigste gutes ding sehr gutes ding afro war auch drin aber dafür ist sogar noch ein drittes land aus auto auf geht's let's go leute hoffen wir mal dass marcus die drücke schmecken hoffentlich nutzt der ersten sein herrn hoch geiles ding ja ich habe noch einen stint geplant eieieieiei schönes ding ich bin äh relativ zufrieden oh bleibt ganz entspannt heidewitz heidewitz oh mein gott ja wie ist jetzt der aktuelle stand schneckenburger ist hinter marcus wieder und das war ja der porsche der auch zuvor mit in der kollision involviert war ja die könnten uns eventuell nochmal holen ähm oh gott die haben gerade beef ja weil polsenjakov ist wieder an bord eieieiei das könnte jetzt interessant werden der sieht jetzt wieder schneckenburger und denkt sich ja hallo i'm back guess who's back kimmy hey warte mal kimmy komm mal her gott wie der hier einlenkt was für ein krypto kimmy oh gott oh gott foch hat nochmal schaden repariert ja gut aber die sind eh auf und davon so eine sekunde zwischen foch und teil den oh komm her komm her minihund komm komm her komm komm weißt du wartest auf oma aber komm her komm 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 her minihund hey ganz entspannt wo ist los hm wursch los so ganz kurz gehen wir mal auf camera 4 dann ist die nacht nicht ganz so dunkel schneckenburger bei 44 4 direkt präsident jakow kommt dann noch nicht ganz auf dieselbe pace ah ja und stimmt vielen dank nochmal an alle hier im cellarino erstmal für die hilfe während des stints und andererseits chris tatsu vielen dank für den primes und für den zweiten viel erfolg und unfallfreie fahrt merci bis jetzt äh ging das sehr gut cheaper zone vielen dank für den 17 guten abend send it vielen dank chris vienna für die 5 gift subs alter alter ah vielen dank chris auch nochmal für 173 bits servus defa lo zusammen angenehmen abend und damit gucken wir mal nochmal ganz kurz ja also ich denke wenn man jetzt nochmal die drücke so lässt etwa ah wir sind bei 24 grad das äh kann bis zum ende des renns eventuell halten ey minihund warum bist du so angespannt was ist los komm aus deinem mund riefs nach essen wie immer die hinter uns sind aber ordentlich rangekommen wie denn waren die so nah dran als ich äh quasi noch unterwegs war oder ist es jetzt plötzlich erst gekommen haben die quasi einfach nur ein undercut gemacht na marcus jetzt aber frischere reisen so niedrig vorne hinten oder beides 27 4 27 3 vorne copy ja probier es noch eine runde hm mhm pace ist aber gut hast auf jeden fall die autos hinter dir im griff ja und hier sind wieder die beiden streithäne von vorhin der plan mit zwischen p 10 und p 22 geht gut auf welcher plan moment was dass ich ein gutes halbes PSI mehr habe als marcuses wild dass ich ein gutes halbes PSI mehr habe als marcuses wild hey mini hund hey mini hund hey mini hund also die predicted 1 41 4 die ich hier gerade links oben sehe die dürfte eigentlich so nicht true sein ja 44 2 ist ok also was heißt ist ok ne ist zu niedrig yo sorry damn ich habe da ungefähr ein halbes PSI anscheinend dann mehr als du uiuiuiuiuiui hinter dir wird wieder gekämpft was den porsche aber keine zeit gekostet hat der denkt sich jetzt so jo ferrari hast du nicht gut gemacht läuft wohl nicht so hey mini hund moin wale du hund und moin dave mini pups exit der rechts kurve steht einer fährt gerade wieder los geh weg der ist vor position du bist durch wie unnötig warum hält der denn da dagegen nice one hast du gut gemacht kein schaden sauber gib dir gleich mal seine pace durch der letzten runde runden kann ich doch machen oder wenn ich zu return to garage gehe Kimi entspann dich doch mal meine Güte hier kann ich doch nicht machen schade turn Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen kurz stressig für Markus Geht jetzt wieder ums Podium und er hat jemanden vor Position behind Ja, unangenehm Denkt dran, egal was ist, wir fahren einfach zum gechillt fahren Und Kimi anscheinend nicht Alter, jetzt habe ich hier einen Karton vorgestellt, damit der hier nicht durchkommt Dann hat er den einfach jetzt weggeschoben Hunde sind zu intelligent geworden Ja, das wird jetzt nicht durchkommt, damit der hier nicht durchkommt Ja, das wird jetzt nicht durchkommt, damit der hier nicht durchkommt Im ersten Stint war Markus auf jeden Fall klar schneller als Schneckenburger Das ist zumindest am Anfang des Stints noch nicht so hier Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass der Porsche hier echt bezaubernd gut ist Am Anfang des Stints, aber später macht er die Reifen ein bisschen kaputt Oh, und da wird es direkt schon eng Mit dem Ferrari direkt dahinter Ferrari gegen Porsche Der Porsche Der wird hier kontern Oder auch nicht Der Ferrari ist durch Ich bin in ungefähr fünf Minütchen wieder da Fünf bis zehn So, ich lasse euch auch mal ganz kurz alleine, werte Damen und Herren Mit den Bildern hier Denn Dave muss einen kurzen Boxenstop einlegen Oh Nein! Oh. Oh. No, no, no. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott dem Himmel Mann, diese Scheißdrücke Lauf mir weg Wir sind gleich bei 27.0 Mann, ey Wir sind gleich bei 27.0 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 27.0 Wir sind gleich bei 27.0 28.0 27.0 28.0 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 29.0 28.0 29.0 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